hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von seri valley wir gucken heute ob wir den keller ausbauen lassen können also schon mal damit anfangen können heute ist wieder schönes wetter wir können die höheren hühner rauslassen des weiteren haben wir ein bisschen saatgut das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch ok wie schaffe ich das jetzt schnell raus gut was mache ich hier wollte ich 1 2 1 2 so rote beete erstmal weil wir brauchen die rüben ist es eigentlich erstmal auch egal welche qualität die hier wachsen so gut ich brauche noch einen zweiten iridium wenn klar spätestens nach der aussaat hier ok jetzt erstmal hier noch um die kühle kümmern raus mit euch so 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 zack zack es gibt keine mehr ich brauche noch mal das bild von dem obstgewächshaus damit ich genau weiß wo ich bäume wo ich die qualitätssprinkler hinsetzen kann genau das sieht doch schon ganz gut aus ähm ich brauche nämlich noch wir können das erstmal alles weglegen weil ich brauche das ja gar nicht im inventar äh die batterien kommen hier rein und der monster loot kommt hier rein so verkauft wird das so eier holen das hat mir auch 3 Milch 6 ähm und kurz mal also wir stehen jetzt ich glaube wir sollten jetzt genug davon haben dass wir alle 6 herstellen können also ich habe schon ein also 5 Stück dann habe ich da auch kein Problem mehr ach so und äh nein das war nicht das was ich machen wollte und oder Qualitätssamen noch 7 Tage das sollte klappen so 1 2 3 4 dann müsste der eigentlich hier hin oder 1 2 3 3 hier hin 1 2 3 4 irgendwas stimmt hier nicht 1 2 ist 1 zu na hier hin und dann hier hin hier hin und dann hier hin so Ich möchte jetzt hier 5, 10. Da baue ich die Kakteen an. Gut, jetzt noch alles gießen. So, das sieht doch ganz gut aus. Gut, Mohn ernten. Also, ich weiß jetzt schon, dass ich noch mindestens zweimal, also 160 Weizen brauche. Und hier 7 Tage passt. Das heißt, hier will ich nochmal Mohn anpflanzen. Ich könnte natürlich auch auf Mohn verzichten. Äh, Quatsch, auf Weizen das zweite Mal verzichten. Und noch zweimal Mohn säen. Ich glaube, das mache ich. Dann. So. Vergessen? Habe ich... Habe ich denn euch begrüßt wenigstens? Ne, anscheinend nicht. Habe ich die Kühe begrüßt? Doch, das muss ich doch getan haben. So, Qualitätsdünger kommt hier rein. Und Monsterzeug kommt hier rein. Äh, so. Jetzt geht ab zum Samenkaufen. Noch mal 160 Mohn. Wenn ich es überlege. Das Weizenbrinkum sind, er fährt 30. Alle 4 Tage. Ist jetzt nicht so erfolgreich. Mohnsat. Noch mehr. 160. So. Ich gehe oben lang. In der Hoffnung... Äh, falsche Richtung. ...dass ich schnell genug sein werde. Bevor dieses Ding da oben zu hat. Ich hoffe, das macht erst um 17 Uhr zu. Oh. Ah, das fühlt sich gut an. Das Wasser war noch nie so sauber. War noch nie sauberer. Und das gilt auch für mich. Hehe. Bin froh, dass du glücklich bist. Und neuen Rubben. Hat die nur bis 16 Uhr auf? Ne, die hat bis 17 Uhr auf. Die hat heute wieder keinen. Ach, das ist doch kacke. So. so und hier noch mal hier die früchte mitnehmen die batterie mitnehmen euch habe ich aber begrüßt ja ich dachte schon hier alles okay auch so batterien habe ich hier noch ich gucke mal ob ich noch etwas bauen kann und ich gucke mal kurz 15 pro tag heißt ich bräuchte zwei tage für 30 vier tage 60 75 5 tage ich bräuchte sechs tage für diese quest wenn das weniger wird dann ist das unrealistisch gut ich werde mal kurz zurückfahren müssen und ich natürlich nicht nachgedacht habe aber ich werde noch ein bisschen sammeln in der hoffnung dass ich irgendwann genug ip für sammeln level 9 habe und dann für level sammeln level 10 natürlich auch das level 10 ist natürlich ein sehr weit gesteckt ist hier so hier wollte ich rein stück dann schnell noch morgen sollte sonnenschein werden ich gucke lieber noch mal kurz nach wo ich jetzt losgehe dann kann ich das offen lassen stadt so ich würde mir noch gerne gucken ob ich denn bei fischen das bekommen habe diese komische lustkrebs und die ganzen spezial fische die hier zwischen hängen gespannt was daraus kommt vielen vielen dank fürs zusehen ich hoffe es hat euch spaß gemacht mir auf jeden fall und ja ich würde sagen wir sehen uns das nächste mal wenn wir wenn ich wieder stadio valley zocke tschüss und 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 Vielen Dank.